. Falls Sie es noch nicht mitbekommen haben, wir haben gerade den ultimativen Herbst-Sale 2024. Und Herbst ist schön, Sale ist schön, also was gibt es denn sonst noch Schöneres? Und was vor allem schön ist, sind die Preise bei uns. Wir haben so unglaublich unverschämt gute Preise. Wir müssen selber immer wirklich schmunzeln, weil wir uns denken, wie geht sowas? Aber es geht, Sie sehen es und Sie profitieren davon. Wir müssen das Lager leer bekommen für Weihnachten, damit Sie auch an Weihnachten richtig schön bei uns shoppen können. Aber jetzt sind wir ja im Herbst, also es geht ums hier und jetzt. Aber Sie sparen hier so unglaublich viel Geld. Und wenn Sie eine bereits vorhandene Balkon-Solaranlage haben und die noch etwas erweitern wollen mit einem Speicher, dann habe ich Ihnen jetzt, oder nicht nur ich, sondern wir drei, haben Ihnen jetzt hier einen Speicher mitgebracht zu eben einem unglaublich guten Herbst-Sale-Preis. Aber wir haben nicht nur Speicher oder Balkon-Solaranlagen im Sale. Wir haben wirklich jede Produktsparte einmal durchgeklappert und radikal reduziert. Also schauen Sie wirklich alles mal durch und entscheiden Sie. Aber entscheiden Sie schnell, weil die Kontingente sind nicht allzu groß. Wenn weg, dann weg. So ist das eben. Und wenn das Lager leer ist, dann wird da auch nichts mehr aufgefüllt. Aber hier jetzt erst mal der Speicher. Ja, das ist ziemlich speziell, dieses Herbst-Sale-Produkt. Aber wenn Sie es brauchen können, ist es ein Volltreffer. Es ist ein Speicher für eine, in Anführungsstrichen, kleine bereits vorhandene Balkon-Solaranlage. Kleine Anlage heißt Einspeisung 350 bzw. bis zu 400 Watt. Und die Voraussetzung ist ein solcher Inverter, wie ich ihn hier mal mitgebracht habe. Also der muss nicht baugleich sein, der muss nur ähnlich aussehen. Und wir schauen Ihnen gleich an, was da das Besondere ist. Nämlich hier schauen Sie ein Eingang. Und zwar ist das ein Laderegler. Und wenn Ihrer ähnlich aussieht, die Anschlüsse können auch hier auf der Seite, da auf der Seite, oben sein. Ganz egal. Dann können Sie diesen Speicher nachrüsten. Und das ist eine Nachrüstzeit von zwei Minuten. Weil man nur die Stecker, die jetzt eigentlich hier drin sind, in den Speicher macht und vom Speicher wieder hier rein. Und das ist wirklich eine Sache von zwei Minuten. Und wo ist der Vorteil? Man verschenkt keinen Strom mehr. Denn da produzieren Sie ja im Prinzip pro Sonnenstunde um die 400 Watt, die in den Stromkreislauf einfließen. Und verbrauchen die vielleicht gar nicht, weil niemand zu Hause ist tagsüber. Und jetzt können Sie den überschüssig produzierten Strom praktisch zwischenparken. Und wenn die Sonne dann untergeht oder Sie mehr Strom brauchen, wird erst mal der Strom aus dem Speicher genommen. Und das ist wirklich brillant, weil ich damit die Effektivität meiner bereits vorhandenen Balkonsolaranlage an nahezu 100 Prozent bringe. Der Speicher ist auf ein Leben ausgerichtet. Das sage ich jetzt extra so ein bisschen provokant. Bei 6000 Ladezyklen ohne nennenswerten Kapazitätsverlust dürfen wir das aber auch gern machen. Das wäre bei täglicher voller Beladung und auch Entladung wäre das 15 bis 20 Jahre. Kein Wunder bei dieser herausragenden Technologie Lithium-Eisen-Phosphat-Akkus. Und die stehen für Langlebigkeit, aber auch für hohe Sicherheit bei kleinem Platzbedarf. Und Sie sind wetterfest, Sie können sich also ruhig dort, wo jetzt Ihr Inverter ist, hinstellen. Das macht nichts. Stecker rein oder die Stecker aus dem Inverter raus, hier rein, dann wieder in den Inverter. Und das ist so kinderleicht, dass wirklich auch, selbst wenn man es falsch machen wollte, man könnte nichts falsch machen. Das ist hier unmöglich und die Effektivität ist erhöht. Und das zu diesem, ja, schon fast unverschämt günstigen Preis. Ja, Sie sparen hier bei uns im Herbstsälen und auch bei dieser Kategorie haben wir nicht Halt gemacht. Sie sparen bei dieser Anlage 150 Euro zum schon günstigen Pearl.de-Preis. Den schauen wir uns jetzt auch mal an. Der Pearl.de-Preis liegt nämlich bei 499,99 Euro. Sie sparen 150 Euro. Sie zahlen nur 349,99 Euro für die ideale Ergänzung zu Ihrer bereits vorhandenen Balkon-Solaranlage. Mein Gott, es gibt, glaube ich, über 600.000 bereits Balkon-Solaranlagen in Deutschland. Sie können die erweitern mit diesem Speicher, eine Kilowattstunde Speicher. Das ist Strom, der Ihnen dann eben auch abends zur Verfügung steht. Sie verschenken nichts. Wir haben alle nichts zu verschenken. Geld schon gar nicht. Und Strom ist heute Geld. Die Bestellnummer für dieses fantastische Angebot ist die MW 1244 und die 569. Oh ja, unser Herbstsäle ist im vollen Gange. Wenn Sie den haben wollen, müssen Sie schnell sein. Produkte verkaufen sich aus. Manche sind nur ein, zwei Tage auf Sendung. Dann sind die weg und dann sind die Lager leer. Das wird hier auch nicht anders sein. Bestellen Sie mit der MW 1244 und der 569. Entweder über unsere gebührenfreie Telefonnummer. Vielleicht brauchen Sie ein bisschen Geduld. Unsere Auslastung ist sehr hoch gerade bei den Call-Sendern. Oder gehen zu pearl.tv. Nicht pearl.de, pearl.tv. Da können Sie das auch online bestellen. Wenn Sie das noch weiter steigern wollen oder wenn Sie schon einen Speicher haben, dann haben wir noch mal ein Angebot für Sie. Jetzt wäre man noch spezieller. Wer bereits die komplette Balkon-Solaranlage hat mit Speicher, kann und merkt, da geht noch was, da hätte ich noch mehr Kapazitäten frei, der kann jetzt diesen reinen Erweiterungsspeicher noch dazu kaufen. Und der erhöht jetzt oder verdoppelt im Prinzip die Kapazität von 1,03 auf 2,06 Kilowattstunden und dementsprechend doppelt Speicherkapazität, doppelt Strom, den ich abends zur Verfügung habe. Aber wichtig, der hat kein eigenes Management-System. Das heißt, den kann man alleine nicht nutzen. Der geht nur in Verbindung mit dem eben gezeigten Akku. Und wer beide haben will, der muss jetzt nicht beide einzeln bestellen. Da haben wir gleich noch einen Doppelpack davon und das auch wieder zum absolut unglaublichen TV-Sonderpreis. Der TV-Sonderpreis ist bei uns 149,99 Euro für den Erweiterungsakku. Und der normale Pearl-Preis wären 299,99 Euro. Also hier sparen Sie wieder bares Geld. Aber ich möchte Sie nicht nur mit Worten sozusagen vollreden, sondern ich zeige Ihnen mal den direkten Vergleich zu Pearl.de, damit Sie das auch schwarz auf weiß haben. Hier sehen wir Pearl.de, 299 Euro. Und bei uns der TV-Sonderpreis von 149,99 Euro. Die Bestellung ist die MW 12,45 und die 569. Und ich sage immer so schön, doppelt hält besser. Also wenn man diesen Erweiterungsakku, wenn man die Anlage bereits mit Speicher hat, dann holt man sich einfach diesen Erweiterungsakku und doppelt hält besser. Und bei diesem TV-Sonderpreis von nur 149,99 Euro, das ist wirklich von uns hinterhergeworfen, dann schlagen Sie zu. Aber wenn Sie Ihre Balkonsolaranlage ohne Speicher erweitern wollen, aber wirklich direkt aufs Ganze gehen wollen und eben gleich mein Rat befolgen mit doppelt hält besser, dann haben wir eben auch noch ein Set aus beidem für Sie. Ja, und jetzt sparen Sie hier nicht nur im Vergleich zu Pearl.de, sondern auch im Vergleich zu den Einzelpreisen im Herbstzähl, die wir Ihnen gerade gezeigt haben. Und das ist auch nochmal eine Kunst. Also wir haben hier jetzt den Hauptspeicher mit Steuermodul mit 1,03 Kilowattstunden und an den einfach angesteckt wird der zweite Speicher ebenfalls mit 1,03. Das Ganze passiert parallel und dementsprechend erhöht sich die Kapazität auf 2,06 Kilowattstunden. Da kann man wirklich sicher sein, dass man überhaupt kein Watt mehr verschenkt, weil Sie wissen, was ich erzeuge über meine Balkonsolaranlage und nicht nutze, verschwindet eigentlich im Normalfall. Und das ist dann die effektivste Art, eigentlich Balkonsolaranlagen zu nutzen. Ich möchte nochmal daran erinnern, das gilt nicht für 800 Watt Balkonsolaranlagen, sondern nur für die 350 oder 400 Watt Balkonsolaranlagen. Für 800 Watt haben wir an anderer Stelle die geeigneten Speicher, aber das ist für die kleineren Balkone, die kleineren Anlagen, aber eben genauso effektiv und seien Sie einfach clever, wenn Sie jetzt sagen, ich erweitere, aber wenn, dann gleich so wie Merwe gesagt, dort gehe ich voll aufs Ganze, ich hole mir das Maximum raus, dann holen Sie sich beides, Hauptspeicher und Erweiterungsspeicher. Und jetzt schauen wir aber trotzdem nochmal auf Pearl.de, damit Sie sehen, was Sie hier im Vergleich sparen. Ja, wenn Sie aufs Ganze gehen, dann sparen Sie hier 310 Euro. 790 bei Pearl.de, bei uns nur 479,99 Euro. Ab Lager lieferbar, solange wir es noch lieferbar haben. Wenn das Lager leer ist, dann ist es nicht mehr lieferbar. Dann werden Sie sich, auf Deutsch gesagt, in den Allerwertesten beißen, wenn Sie das haben wollten und so lange überlegt haben. Wenn Sie schnell genug sind, können Sie sich dieses Paket holen mit der Bestellnummer MW 1246 und der 569. Dann kommt das zu Ihnen, in wenigen Tagen ist es da und Sie haben die ideale Ergänzung zu Ihrer kleinen Balkon-Solaranlage. Denken Sie dran, Sie brauchen einen Eingang für, also zwei Stecker sind das ja im Prinzip für ein Solarpanel. Dann können Sie das problemlos einfach dazwischen stecken. Kein Löten, kein Schrauben, kein gar nichts, einfach dazwischen stecken. Ja, das war unsere Herbst-Sale-Sendung hier mit unserem Balkon-Solarkraftwerk. Speichern für Sie zu nie dagewesenen Preisen, aber nochmal, Sie müssen wirklich schnell sein. Diese Sendung wird nicht oft laufen, dann sind die weg und wenn die weg sind, sind unsere Lager leer. Viele unserer Kunden haben schon zugegriffen, seien Sie dabei und rufen Sie jetzt an. Vielen Dank. Vielen Dank.